Brücken bauen barrieren beseitigen ich bin müde es ist noch nicht mal sechs uhr wir beginnen den blog es geht heute noch also ich bin jetzt mal nach brüssel und dann haben wir ein paar stunden aufenthalt und naja die typischen probleme die man hat wenn man schlecht sehen kann finde mal an diesem riesen airport natürlich das gate genau weil es gibt ja kein assistance point wo du hingehst und die machen alles mit dir sondern du musst es finden und so hat alles geklappt war alles bisschen na und wir haben zuschauer getroffen also von daher gute reise nach australien falls ihr das video sehen sollte und sehr vielen dank für die hilfe genau sind jetzt hier im assistance fahrzeug oder diese diese golf cards oder so und damit fahren wir jetzt gleich zum gate da sollten wir gleich da sein also so ein ding muss ich auch mal fahren blind driver kommt auch irgendwann sind jetzt im flugzeug es geht erstmal nach brüssel eine stunde fliegen und dann schauen wir mal ne also wir haben jetzt den flug hinter uns den ersten wir sind jetzt in brüssel geht es dir gut ja ja endlich mal und ja wir werden natürlich diesen super transporter gefahren zum airport und dann in vier stunden geht es dann weiter nach togo also das wird noch eine lange reise dann fliegen wir nämlich acht stunden mit zwischenlandung und so das wird lustig wir sind jetzt hier im brüsseler airport schaut mal kurz vorne wir müssen uns hier ein bisschen warten so einige stunden oder und haben hinter uns so ein cooles ja wie nennt man das ding rollband wir haben was leckeres gegessen wir haben jetzt noch eineinhalb stunden glaube ich ungefähr und dann fliegen wir sehr viel wir fliegen kurz nach ghana im flugzeug angekommen das ist ein riesen flugzeug ich zeige euch das mal kurz also zwei reihen da drei da zwei da und wir sitzen in der mitte genau und onboarding system das müssen wir nachher mal abchecken noch funktioniert nix aber da steht welcome on board und für mich als sprachbarriere ich spreche kein französisch genau wie ihr gerade gehört habt das war stewardess und ich habe sogar hier stewardess die türkisch sprechen das heißt meine barrieren sind für die nächsten acht stunden aufgehoben am togo flughafen angekommen ist relativ klein hier relativ übersichtlich holen jetzt gerade unser gepäck ihr seht schon hinter uns war ein bisschen kompliziert mit dem check in und so hat aber alles geklappt oder haben wir noch einen fahrer der sollte uns dann nach palimé fahren also dauert noch ein zwei stunden sie sind schon gesagt 16 stunden unterwegs und mittlerweile ist es schon der nächste tag ihr seht wir sind ein bisschen unterwegs hier mit dem blindenstock und so dann sofort und ja wie geht's dir eigentlich gut war stressig aber war auch gut und die autofahrt war lang wir sind über zwei stunden gefahren das war halt überall baustellen dunkelheit da war es gut dass unser fahrer da sehr sehr vorsichtig gefahren ist genau wir hatten extra einen fahrer von guten freunden und der das auch genau wusste wohin und so aber wir sind da hast du irgendwie wasser oder so und das war es hier mit dem vlog es kommen jetzt weitere vlogs ihr wisst die blindenstöcke müssen übergeben werden genau und dementsprechend bedanken wir uns fürs zuschauen macht das ne warte mal abonniert mich auf jeden fall folgt uns social media kanal die sind unten drin und ja genau ich brauchst du die videos hier auf der fall danke dass ihr dabei seid und jetzt geht's redig los hier in togo city momenten land aber ich nenne alles immer city mehr hinten dran sogar schoko city okay wir sind verlaufen tschüss